Flimslachs Falara Flimslachs Falara ist eine Ferienregion 500 Meter oberhalb der Rheinschlucht an den südlichen Hängen der Glaneralpen im Kanton Graubünden. Sie vermarktet sich auch unter dem Namen Alpenarena, womit eigentlich nur das Skigebiet gemeint ist. Hintergrund Die Region setzt sich aus den Nachbargemeinden und zusammen. Die drei Ortschaften liegen allesamt auf der Sonnenterrasse, die sich rund 500 Meter oberhalb der Rheinschlucht des Vorderhains an den südlichen Hängen der Glaneralpen befindet. Flimsl selber besteht aus den Ortsteilen Flimsdorf, Flimswaldhaus, Fieders und Schar und gehört zum Bezirk im Boden. Laax, retoromanisch, Laax, und Falara, Deutsch, Fellas, sind nicht in weitere Ortsteile aufgeteilt und gehören zum Bezirk zur Selva. Während die Ortschaft Flims deutschsprachig ist, ist in den anderen Ortschaften retoromanisch die Amtssprache. Aber keine Angst, die Einwohner können Deutsch als Zweitsprache, der Bündner-Dialekt mag allerdings Gästen aus dem Ausland etwas schwer verständlich vorkommen. Mit dem Flugzeug von den Flughäfen Zürich-Kloten und Basel-Mühlhausen bestehen gute Bahnverbindungen nach Chur. Mit der Bahn mit dem Bus der auf einer Terrasse weit über der Schlucht des Vorderrheins gelegene Ort ist nicht an das Schienennetz angeschlossen, die Schmalspur-Bahnlinie der Rittischen Bahn verläuft unten im Talgrund überwärtsam. Von der mittels normalspuriger Schnellzugverbindungen der SBB von Zürich und Basel aus problemlos erreichbaren Alpenstadt Chur bestehen regelmäßige direkte Post-Auto-Verbindungen in die Ortschaften Flims und Lachs. Die Post-Auto-Verbindung von Chur über Flimmes-Lachs wird nach Irland zweiter geführt, wo wiederum Anschluss an die Rittische Bahn Richtung Ob-er-Alppass besteht. Auf der Straße beim Autobahnende in Reichenau verlässt man die Autostraßen nach rechts, um direkt auf der Hauptstraßen 19 in das Feriengebiet zu gelangen. In den letzten Jahren wurde eine Ortsumfahrung von Flims mit zwei langen Tunneln geschaffen. In den Ort Flims gelangt man über die Ausfahrt vor dem Tunnelportal, um in den Ortsteil Lachs zu gelangen, fährt man auf der Umfahrung weiter, die Hauptstraße führt dann am Ortszentrum von Lachs vorbei. Die Parkmöglichkeiten werden elektronisch bereits vor dem Ortseingang angezeigt, die Parkhäuser an der der Bergbahnen und sind morgens an Tagen mit guten Skibedingungen oft frühzeitig voll. Mobilität im Ort existiert ein Ortsbusbetrieb mit Zubringer zur Talstation der Bergbahnen. Die Bergbahnen Flims-Lachs mit den beiden Talstationen in Flims und Lachs bringen die Gäste im Winter ins Skigebiet, im Sommer in die Wanderregion, der Felsig, steiler Aufstieg von Flims aus Kanso umgangen werden. Sehenswürdigkeiten La Mutter ist die größte Steinsetzung in der Schweiz. Die drei Dutzend Menhiere und Schalensteine befinden sich auf einer Wiese neben der Kirche von Falera. Die Walser-Sieglung Fidas ist auch sehenswert. Der, der türkisblaue Bergsee liegt südlich von Flims und ist über einen automatisierten Pendelschrickaufzug bequem zu erreichen. Im Sommer erwärmt sich das Wasser auf bis zu 24 Grad und lädt zum Baden ein, Seebad. Der ebenfalls mit einer Badeanstalt liegt weiter östlich. Aktivitäten Im Sommer locken über 250 Kilometer gut markierte Wanderwege. In den letzten Jahren hat sich die Region auch als Bike-Destination etabliert und bietet über 300 Kilometer Bike-Routen für alle Ansprüche. Außerdem ist in der Region rund um Flims das größte zusammenhängende Tourennetz für die sogenannte Flyer-Bikes, berggängige Elektrofahrräder, vorhanden. Oberhalb von Fidas befindet sich der Klettersteig Pinot. Im Winter bietet das Skigebiet der Alpen-Arena rund 220 Kilometer präparierte Pisten, welche von 29 Bergbahnen und Skiliften erschlossen werden. Besonders bekannt ist das Skigebiet Flimslax für in der Snowboarder-Szene. Bereits in den 80er Jahren wurde hier Snowboard gefahren und Snowboard-Amateure und auch Profifahrer geben sich hier im Winter ein Stelldichein. Flimslax verfügt über vier Snowparks und die weltweit größte Halfpipe. Es gibt auch rund 60 Kilometer präparierte Winterwanderwege. Von dem Cassonsgrat, 2675 Meter, welcher mit einer Sesselbahn von Flims aus erreichbar ist, hat man eine herrliche Aussicht. Im Sommer kann hier oben ein Naturlehrpfad erwandert werden, welcher über die Geologie und Flora der umgebenden Bergwelt Auskunft gibt. Dauer des Rundganges rund zweieinhalb Stunden. Unterkunft in der Region gibt es rund 70 Hotels, daneben noch unzählige Ferienwohnungen. Gesundheit In Flimslax gibt es mehrere Praktizierende Ärzte und Zahnärzte. Das nächste Spital mit Notfallaufnahme ist dasjenige von Irlands. Der Weg ins Zentrumsspital von Chur ist ebenfalls vergleichsweise kurz. Im Fall von Skiunfällen werden die Verunfallten vom Pistenrettungsdienst betreut und entweder mit dem Kanadierschlitten ins Tal hinabgefahren oder mit dem Hubschrauber der Schweizerischen Rettungsflugwacht, Rega, ins nächste Spital transportiert. Ausflüge Rheinschlucht, Ruinaulta, Minus Panorama Wander und Mountainbike Karte Aussichtsplattform Ilspierbalkon, südlich von Flims Die Aussichtsplattform kann von Flims Waldhaus aus bequem in weniger als einer Stunde erwandert werden, sowie auf dem Fernwanderweg Sender Sur Silvana. Bahnfahrt durch die Rheinschlucht, Ilans Reichenau River Riefding auf dem Rhein Riefding auf dem Rheinschlucht